Das Duell der Moderatoren Ihr müsst euch gegenseitig die Rüben abhauen Wird nicht nur mit dem Kopf entschieden Ich bin sehr präzise bis jetzt in diesem Ding, ich war vorsichtig Tore Schölermann gegen Marco Schreil Jetzt muss Tore noch mal ganz gehen Viertigung, drei, zwei, eins Ist ganz schön durch den Wind, hab ich den Eindruck, oder? Komm, mach jetzt! Wer zieht richtig an? Komm, 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 komm! Schlag den Star! Samstag, 30. August, 20.15 Uhr, ProSieben Schlag den Star! Samstag, 20.15 Uhr, ProSieben